Der emeritierte Domdekan und frühere Diözesanadministrator Prelat Georg Beiß ist tot. Am vergangenen Mittwoch ist er im Alter von 99 Jahren in einem Augsburger Altenheim verstorben. Bischof Bertram Mayer würdigte ihn als einfühlsamen Seelsorger und bedeutende Person in der jüngeren Geschichte des Bistums. Prelat Beiß hat viele Jahre lang als Domfahrer gewirkt. Die Arbeit mit Kindern lag ihm dabei immer am Herzen. Noch vor zwei Jahren hat er es sich trotz seines hohen Alters nicht nehmen lassen, eine nach ihm benannte Wohnanlage des SKM für suchtkranke und obdachlose Menschen einzuweihen. Am kommenden Dienstag um 9.30 Uhr wird Bischof Bertram Mayer das Requiem im Augsburger Dom feiern. Im Anschluss wird Prelat Beiß in der Grabanlage des Domkapitels beigesetzt.